Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich jetzt von... Wann hau ich das Video raus? Ich glaube morgen, den Samstag oder so. Ja, ich glaube Samstag ist ein guter Tag. Dass ich ab diesem Tag quasi über Weihnachten Urlaub nehme. So eine Woche. Bis zum, ja, 28. Grund ist halt einfach, ich habe dazwischen noch eine Prüfung zwischen Weihnachten. Also ich habe am 21. leider noch eine Prüfung. Deshalb komme ich im Moment schwer zum Aufnehmen. Und warum nehme ich da nicht Weihnachten direkt auch mit? Ist auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Dementsprechend wird es dann nächste Woche keine Videos geben. Es wird dann ganz normal weitergehen. Ich glaube ab dem 29., das ist ja dann eine kurze Woche, geht es dann ganz normal mit Mass Effect und Digimon weiter. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall, da wir uns davor wahrscheinlich nicht mehr hören werden, es sei denn in der Kommentarsektion, wünsche ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und ich kenne meinen Kopf, deshalb sage ich es jetzt auch schon. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es in den letzten beiden Aufnahmen für dieses Jahr erwähnen werde. Wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Rutsch. Aber nicht wörtlich nehmen, ja. Wir wollen nicht noch mehr Kranke haben, haben wir ja im Moment genug. Ja, und hoffentlich ein besseres 2021, wie es 2020 war. Ja, ich würde sagen, das war soweit wie das, was ich sagen wollte. Ich sage, bis zum 29. und wir hören uns. Euer Safi.